Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Tele-Stammtisch. Beginnen werden wir mal wieder seit langem mit einem richtigen, echten, voll krassen Triple zum Film Stan und Olli. Hier haben sich Dom, Lasse und Stu online im Internet getroffen und über den Film gesprochen. Und wie ich die drei Jungs einschätze, hatten sie eine Menge Spaß dabei rauszubekommen, ob dick und doof auch an der Besprechung teilnehmen. Im Anschluss gibt es ein Doppel zum Film Anything. Anything habe ich auch gesehen, aber nicht an der Besprechung teilgenommen. Das waren hier Eva und Stu, die den Film ein bisschen besprochen haben. Und ich kann euch sagen, das ist mal was ganz anderes. Es geht um eine, ja sagen wir, es ist ein Liebesfilm und vielleicht auch eine besondere Liebe. Ich glaube, wenn man den googelt, den Film, dann findet man immer wieder Anything. Ein Film über eine besondere Liebe. Und wenn es echt alle schreiben, exakt mit demselben Titel, dann ist es entweder ein Problem, dass die alle SEO-optimiert sind. Oder es gibt nur einen Autoren. Oder es trifft wirklich einfach zu. Ja und zu guter Letzt gibt es eben noch einen Doppel mit einem neuen. Nämlich mit dem Peter. Den habe ich mir geschnappt und wir haben Colette besprochen. Er hat sich nämlich Colette nach Hause schicken lassen. Das kommt jetzt am 10. für sein Kino. Und er hat sich die DVD gegeben. Ich habe ihn da ein bisschen ausgequetscht. Wobei, genau genommen hat der große lange Monologe gehalten. Ich musste gar nichts machen. Er war super vorbereitet mit einem eigenständigen Skript und so. Das war ganz schön toll. Ich wünsche, so wäre es immer. Wenn ihr auch mal Lust habt, tolle Skripts zu schreiben oder einfach nur in Besprechungen dieser Art teilzunehmen, dann meldet euch mal bei uns. Ihr könnt es auf diverse Art und Weise tun. Via E-Mail klassischerweise. Ich habe auch schon Bewerbungen via E-Mail bekommen. Ihr könnt euch aber einfach auch auf Facebook, Twitter, Instagram melden. Ihr könnt euch unter dem YouTube-Upload melden. Einfach mal Hallo sagen. Und wir nehmen mal Kontakt zu euch auf. Denn wir haben ganz schön viele Filme zu besprechen. Tja, und das macht sich nicht von alleine. Vielleicht wollt ihr also mal dran teilnehmen. Jetzt also viel Spaß bei unseren drei Besprechungen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Stan und Olli. Die beiden kennen wir als Dick und Doof. Ich bin Dick und ich habe eine Zeit Doofe eingeladen. Hallo Lasse. Hallo Dominik. Hallo. Hi. Ihr Lieben, bevor wir zum Eingemachten kommen, es wird Zeit für das übliche Prozedere. Lasse, sag uns doch bitte mal schnell die Fakten zum Film. Die Fakten. Der offizielle deutsche Kinostart ist am 9. Mai. Der Film geht 97 Minuten. Er ist ohne Altersbeschränkung freigegeben. Regie führt John S. Baird. Das Drehbuch schrieb Jeff Pope. Und in den Hauptrollen haben wir Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson, Nina Arianda und Danny Houston. Oder Huston. Jedes Mal vergesse ich, wie man ihn ausspricht. Houston. 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 We've got a problem. Wie Whitney, ja. Ja, vielen Dank, Lasse. Das war wunderschön. Jetzt bin ich gespannt, ob der Dominik auch uns so wunderschön die Handlung des Films wiedergeben kann. Fühl dich einfach unter Druck gesetzt. Also, es geht um Überraschungen. Stan Laura und Oliver Hardy. Die werden am Anfang des Films auf dem Höhepunkt ihrer Karriere gezeigt. Und dann gibt es einen Zeitsprung. 16 Jahre später. 1951, glaube ich, sind sie relativ, ja, doch schon abgehalftert. Aufgehalftert und wollen es dann aber nochmal wissen und starten eine Tour quer durch Großbritannien, die am Anfang eher relativ leere Ränge nach sich zieht, also im Theater. Sie bekommen dann auch nur relativ kleine Theater für ihre, kann man da Gigs zu sagen, keine Ahnung. Auftritte. Und, genau, Auftritte. Best-of-Auftritte. Dann haben sie aber plötzlich doch Erfolg. Und es zeigt sich dann aber doch, dass es einige Differenzen zwischen beiden gibt und auch viele unausgesprochenen Groll, der dann nach oben kommt. Vielen Dank, Dominik. Ja, bevor wir jetzt über den Film reden, vielleicht noch kurz erklärt, wie stehen wir eigentlich zu Oliver Hardy und Stan Laurel oder Dick und Doof? Dominik, was verbindest du mit diesen beiden? Ich verbinde mit den beiden vor allem sehr viele Feiertags-Nachmittage. Weil da laufen diese Filme eigentlich rauf und runter. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele gesehen, also es sind jetzt nicht irgendwie die Helden meiner Kindheit oder so, aber manche sind schon verdammt lustig. Also zum Beispiel, der Klassiker schlechthin für mich ist, wir sind vom schottischen Infanterie-Regiment. Okay, Lasse, wie ist es bei dir? Oh, ich verbinde mit denen Teile meiner Kindheit tatsächlich. Also ich weiß noch ganz genau, ich meine, die waren ja lange vor unserer Zeit. Das ist ja nicht so, oh, ich bin mit ihnen groß geworden. Im gewissen Sinne bin ich schon mit ihnen groß geworden auf DVD und Video und so weiter. Ich erinnere mich tatsächlich, als mein jüngster Bruder geboren wurde. In der Nacht habe ich mit einem meiner anderen Brüder ein paar Best-Offs gesehen auf DVD. Und dann irgendwann kam der Anruf, ihr habt einen Bruder. Also deshalb hat das noch so einen ganz bestimmten Extraplatz in meinem Herzen. Deshalb, ja, also ich bin nach wie vor sehr, sehr angetan von vielen Sachen, die so laufen und habe ein paar Best-Offs Sachen auf DVD. Und wann immer ich da irgendwas finden kann, denke ich, hey, wundervoll. Also ich bin großer Fan. Ja, ich bin Einzelkind, aber habe trotzdem dick und doof gesehen als Kind. Aber das auch so im Fernsehen früher, das war immer so sonntags, also mittags lief das auf ZDF, glaube ich, als ich ganz klein war. Und habe dann in den letzten paar Jahren so ein paar Sachen nachgeholt. Ich weiß aber die Titel nicht mehr. Und ich bin durchaus begeistert von ihrer Art der Komik. Die ist ja sehr klassisch. Die findet man heutzutage ja kaum noch. Und war dementsprechend auch sehr gespannt auf den Film. Vor allem auch, weil ich fand, dass die beiden Hauptdarsteller Steve Coogan und John C. Reilly den beiden ja sehr ähnlich sehen. Und das muss ich gleich sagen, ist für mich die größte Stärke des Films, nämlich die beiden Hauptdarsteller. Lasse, wie ist es bei dir? Ich fand sie wundervoll. Halt, ich war auch schon vom Trailer her, dachte ich, boah, das haben sie echt toll hingekriegt hier mit nicht nur das Make-up, sondern die Manierismen. Eins zu eins. Es ist teilweise echt gruselig. Wie unglaublich ähnlich die, die spielen. Und wie sehr die mit diesen Rollen verschmelzen. Du hast irgendwann den Eindruck, das sind keine Schauspieler mehr. Das sind Laurel und Hardy. Und ich war schlichtweg begeistert davon. Und mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Dominik, und bei dir? Ich kann mich da relativ eigentlich anschließen. Ich fand die ziemlich großartig. Also vor allem Steve Coogan hat dann ja auch oft diesen, das ist doch legendär, wenn Stan Laurel seine Haare irgendwie zupft. In dieser Bubi-Pose. Also das ist so großartig. Oder auch diese eine Szene, wo er da irgendwie im Warteraum sitzt und dann seinen Hut so hoch steigen lässt. Sein Kopf, das ist, ich weiß auch noch, im Abspann, ich meine gut, das ist jetzt kein Spoiler, im Abspann sieht man nochmals hin mit den beiden. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Originalaufnahmen sind oder aber die beiden Schauspieler, die das nachempfinden. Ja, ja, das waren tatsächlich Originalaufnahmen, aber ich musste auch zweimal blinzeln. Ja, das spricht dann umso mehr für den Film, beziehungsweise für die Darsteller und die Maske. Total. Also sie haben ja nicht nur eine Ähnlichkeit mit dem Original, die beiden haben ja auch eine unglaublich gute Chemie zusammen. Das ist ja, glaube ich, auch essentiell für die Rollen. Auf jeden Fall. Man nehme nur mal an, die hätten da Darsteller genommen, die es nicht leiden können. Oder die halt einfach keine Chemie mit danach hätten. Das wäre ordentlich ja hinten losgegangen. Also da haben sie echt schon den richtigen Ton getroffen, wie ich finde. Ja. Ich war auch am Überlegen, haben die schon mal zusammengespielt, Steve Coogan und John C. Reilly? Die haben danach zusammengespielt. Steve Coogan hatte dann einen Gastauftritt in Holmes und Watson. Ich denke mal John C. Reilly zuliebe einfach. Ach so, okay. Aber ich weiß nicht, ob sie vorher schon gearbeitet haben. Ja, das war ein schöner Film. Da kann ich dann jetzt sogar tatsächlich referieren. Lasse, erinnerst du dich noch, als wir den Oscar-Cast gemacht hatten und du dich so über diesen Zusammenschnitt beschwert hattest? Von der Verleihung, von den Filmen. Und dann dachte ich ernsthaft, da wäre eine Szene aus Holmes und Watson drin. War dann aber wohl doch einer aus Stan und Oli. Ja, ich weiß es noch, du hast recht. Ne? Ja. Also egal, wie jetzt dieser Podcast hier enden wird, kann ich jetzt schon mal sagen, Stan und Oli ist besser als Holmes und Watson. Er dürfte auch so ein bisschen John C. Reillys Ansehen wiederhergestellt haben, denke ich mal. Wobei in den USA kamen die ja in umgekehrter Reihenfolge als hier, ne? Also die Goldene Himbeere. Ja, stimmt. Der Film hat echt ein bisschen gebraucht, bis er jetzt endlich zu uns nach Deutschland kommt. Jetzt haben wir gesagt, dass die beiden echt gut spielen und eine tolle Chemie haben. Ja, aber gab es denn auch Sachen, die euch missfallen haben? Lasse, du zuerst. Missfallen? Ich weiß nicht genau. Gegen, im letzten Akt nimmt es dem Film so ein bisschen an Tempo raus. Wo es dann eher in Richtung, weil dieser Film ist eine Tragik-Komödie, kann man sagen. Mit etwas mehr Betonung auf der Komödie. Aber gegen Ende überwiegt etwas mehr das Drama. Und da fand ich, fehlte so ein gewisses Tempo. Das war etwas, was mir missfallen hatte. Aber ansonsten, was bestimmte Schauspieler angeht oder die Struktur, kann ich jetzt nicht wirklich dem Film irgendwas ankreiden. Und du, Dominik? Ich bin mit dem Drehbuch ehrlich gesagt nicht so glücklich. Also mir ist da zu wenig Fleisch dran. Also der zentrale Konflikt zwischen denen, der ja hauptsächlich darauf fußt, dass sie eigentlich miteinander nicht so wirklich klarkommen. Also eigentlich wie so ein altes Ehepaar. Und an manchen Stellen fragt man sich auch, weil ich fand eine Szene sehr interessant, wo Stan, also natürlich nicht auf der Bühne, sondern zu seiner Frau sagt, die Leute da draußen kennen uns eigentlich gar nicht. Und wir kennen sie auch nicht. Aber ein Stück weit muss man sich dann trotzdem fragen, steckt in diesen Rollen, die ja wirklich auch genau wie sie heißen, steckt da vielleicht mehr von ihnen drin, als sie das wahrhaben wollen. Und da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr von haben wollen. Auch zum Beispiel die Beziehung zu ihren Frauen. Das war mir viel zu oberflächlich. Und Stu hat es vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, da kann ich mich anschließen, dass von der damaligen Filmindustrie, da hätte man noch viel mehr draus machen können. Also ich fand den Film auch relativ oberflächlich und auch erzählerisch war der mir arg schematisch geraten. Also ich finde, da hätte man durchaus mehr Tiefe reingeben können. Da wäre durchaus auch Potenzial drin, da wirklich mehr rauszuholen als das, was es jetzt ist. Und es ist halt im Prinzip eine sehr einfache erzählte, aber durchaus auch funktionelle Geschichte, wie ich finde. Ja, ich finde, der Film ist ungefähr das Äquivalent zu Lowell & Hardy, wie der Film Hitchcock zu Alfred Hitchcock, der mit Anthony Hopkins von vor ein paar Jahren. Weil dort konzentrieren sie sich auf einen ganz bestimmten Teil seines Lebens, eben auf das Making of von Psycho. Und gehen da auch nicht besonders in die Tiefe, weil die teilweise dort auch rechte Probleme hatten und deshalb nicht offiziell etwas aus Psycho halt zitieren konnten. Und das haben sie sehr clever gefilmt in dem Fall. Und ironischerweise, Danny Houston hat in beiden Filmen eine Nebenrolle gespielt. Stimmt. Obwohl sie in dem anderen sogar dann doch noch ein bisschen wichtiger war als hier, weil das war ja wirklich nur, ich glaube, der hatte nur zwei Szenen oder so. Ich glaube, ja, das war ein glorifizierter Cameo hier. Genau, aber halt, ich finde, die Filme sind sich in dem Sinne ein bisschen ähnlich. Wobei bei Hitchcock hat man noch etwas mehr mitgekriegt von dem ganzen Business und von der Art und Weise, wie Psycho eigentlich eingeschlagen hat für die damalige Zeit. Und was für ein wichtiger und bahnbrechender Film das eigentlich war. Und hier kriegt man auf jeden Fall, selbst wenn man Stan und Olli nicht kennt, was eigentlich unmöglich ist, halt jeder kennt Stan und Olli irgendwie. Aber selbst wenn man sie nicht kennt, kriegt man hier eine gute Ahnung davon, was sie waren, was sie repräsentierten und so weiter und wer sie als Charaktere waren. Aber ich habe das, ich habe ja auch das Gefühl, das ist ein Film von echten Fans für Fans, wo die halt denken, die Leute wissen, wer die sind und wir konzentrieren uns hier auf diesen ganz bestimmten Teil ihrer Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel davon natürlich auch wahr ist. Das basiert halt auf diesen Aufzeichnungen, British Tours von AJ Marriott. Also da ist wohl, also diese Tour haben sie ja wohl gemacht. Jetzt, inwiefern das im Detail stimmt, ist natürlich dahingestellt. Aber in dem Sinne, finde ich, funktioniert der Film schon. Klar, etwas oberflächlich ist er hier und da. Ich hätte mir hier und da ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, auch im Bereich auf das Filmische. Naja, aber bei sowas nimmt man was man kriegen kann. Ja, also ich weiß noch, ich habe vor ein, zwei Jahren eine relativ ausgiebige Doku gesehen über die beiden, wo auch diese Tourjahre in London oder diese Tourzeit in London thematisiert wurde. Und auch da wurde halt drauf eingegangen, dass sie sich halt zerstritten haben. Aber in der Doku war es halt, war der Streit jetzt nicht so groß, wie er jetzt im Film dargestellt wird. Was ich aber dem Film wirklich zugutehalten muss, ist, dass er wirklich immer darauf erpicht ist, zu zeigen, dass die halt auch eigentlich gute Kollegen und auch sehr gute Freunde waren. Was sie ja wirklich waren. Das ist ja wirklich bestätigt, dass die auch außerhalb ihres Jobs sehr guten Kontakt gepflegt haben. Und dass die auch außerhalb ihres Jobs, also irgendwie auch mal auf der Straße oder so, dass die da auch teilweise ihre Nummern abgezogen haben, ne? Genau, genau. Es gibt ja diese sehr schöne Szene, wenn sie in dieses Hotel kommen und dann erstmal vor der Rezeptionistin erstmal so eine kleine Showanlage veranstalten. Und da ist man sich aber auch nicht ganz sicher, ist das nun tatsächlich eine Showanlage oder sind sie halt im echten Leben so? Ist das jetzt einfach nur reiner Zufall, dass das hier gerade so abläuft? Ich finde, diese Extra-Dimension existiert hier im Film, wo man sich teilweise nicht ganz sicher ist. Und ich finde, das ist besonders schön. Ja, das hat mir auch gefallen. Da haben sie mitgespielt, halt diese Szene im Hotel. Also, dass du am Anfang halt wirklich glaubst, okay, ist der wirklich so? Und dann wird ja relativ klar in der nächsten Szene, nee, die sind eigentlich privat oder jetzt vom Menschen her sind die schon anders. Die sind halt so nicht wirklich dick und doof. Die sind halt schon, ich sag mal in Anführungszeichen normal. Ja, genau. Vor allem, weil ja, Laurel war ja wirklich der kreative Kopf. Der hat ja viele Sachen geschrieben, der hat auch selber inszeniert des Öfteren. Das zeigen sie auch hier im Film. Nicht ganz so detailliert, aber man sieht halt schon, dass er derjenige war, der das alles auch mitgemanagt hat. Er war der denkende, lustigerweise, also ironischerweise war er der denkende Kopf des Duos. Und Hardy war halt eher der Performer. Der Lettelaber. Da passen dann aber auch jetzt wirklich so diese Vergleiche, die du mit diesem Hitchcock-Biopic gezogen hast, wirklich gut. Weil da hast du ja auch zentral diesen Konflikt zwischen ihm und seiner Frau, die letzten Endes auch immer im Schatten stand und nie so wirklich für ihre Arbeit gewürdigt wurde. Genauso wie Stan, der viele Drehbücher geschrieben hat, aber das teilweise wirklich unter ferner Liefen war, ne? Ja, ja, stimmt, genau. Auch wie er sich am Anfang ja irgendwie mit in die Regie ein bisschen einmischen will und so weiter. Und dass er gewisse Star-Allüren hat ja auch, was ja eben dazu zu den Vertragsproblemen führt, was sie am Anfang ansprechen. Und schon, also das ist, wie gesagt, es geht alles nicht ganz so sehr in die Tiefe, aber sie schneiden diese Dinge an. Gut genug, dass man auch als Fan dann denkt, ah, okay, gut, und das erkenne ich und davon habe ich schon mal gehört. Es ist jetzt auch keine Schönfärberei drin, muss ich zugeben. Also es wird ja zumindest, es wird halt alles nur angeschnitten. Also ob es die Alkoholprobleme sind von Stan, ob es die Spielsucht ist von Oli Hardy, das wird alles nur so gestreift. Und das hätte man über die Beziehung zu ihren Frauen, hätte man das irgendwie komplexer erzählen können. Also ich muss auch zugeben, dass ich Stans Frau eigentlich fast eine Karikatur fand. Also diese Russin. Es ist schon witzig, wie sie die Beziehung zwischen den beiden Frauen eigentlich mehr aufbauen, als zwischen den Frauen und ihren jeweiligen Lebenspartnern. Stimmt, ja. Obwohl es dann im Finale auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, dass sie dann plötzlich sich doch irgendwie, irgendwie doch miteinander anwandeln. Das war so ein bisschen... Ja, die kammeln sich ganz schön, die verstehen sich teilweise nicht so gut. Und ich fand Nina Arianda, die war auch von ein paar Jahren in einem anderen Ton-Biopic zu sehen, Florence Foster Jenkins mit Meryl Streep. Da hat sie eine Nebenrolle gespielt und war toll. Und Shirley Henderson, ich dachte die ganze Zeit, woher kenne ich sie? Jetzt weiß ich's. Wer möchte enthüllen, woher wir Shirley Henderson kennen? Ich kenne Shirley Henderson zum einen aus Transporting und zum anderen als Maulene Mürte aus Harry Potter. Und als eine von den Ischen da aus Bridget Jones. Da kennt man die auch her. Genau, das war ihre exakte Rollenbezeichnung. Die eine Ische aus Bridget Jones. Ja, aber die hat auch echt... Ich meine, wir müssen ja zusammen, wir haben ja die OV gesehen alle und hat die eine quietsche Stimme. Ja, das ist der Wahnsinn. Was glaubst du, warum die mit Mitte 30 eine 14-Jährige gespielt hat, Harry Potter? Gott, ey. Ja, ich konnte sie nicht so wirklich ernst nehmen, wenn ich ehrlich bin. Sie hat jetzt auch nicht so die Mega-Rolle gehabt, aber ja. Sie hat auf jeden Fall sehr humorvolle Momente, aber auch bei den herzlichen Momenten habe ich wirklich mitgefiebert. Also ich habe denen die Emotionen jederzeit abgekauft. Ja, bei der Ida, also gespielt von Nina Arianda, da geht's natürlich ein bisschen in die Karikatur mit rein, aber da wollen sie dann auch dieses Star-Allüren wieder mit reinbringen. Was man noch so zur Inszenierung sagen kann, also ich finde die relativ unauffällig. Bis auf der Anfang. Ja, ja, genau, auf dem wollte ich zu sprechen kommen. Der Anfang ist wirklich toll. Also auch schon die allererste Einstellung mit diesen Spiegeln, wo sie da sitzen und der jeweils andere ist im Spiegel des Gegenüber. Toll gemacht, tolle erste Einstellung und dann geht das weiter. Und dann wird es zu diesem ungefähr vierminütigen Long-Take über das Studio-Gelände und dann ins Studio hinein und die Kamera dreht sich um sie herum. Und ich habe eine Weile gebraucht, bis mir das wirklich aufgefallen ist. So dermaßen fließend geht das alles ineinander über. Ich war sehr beeindruckt. Ja, so richtig Birdman-Style war das schon an der Stelle. Oh ja, ja. Ich weiß gar nicht, wer jetzt die Kamera hatte. Man sagt ja, der beste Long-Tag ist der, den man nicht bemerkt. Ja. Ja, stimmt, genau. Nee, äh, Cinematography, Lori Rose. Klar, die Lori, wer kennt sich nicht? Sie war unter anderem für die Kamera verantwortlich für Free Fire. Oh, das ist... Und Peaky Blinders. Aber Free Fire war schon eine gute Leistung, das stimmt. Und, ganz neu, auch Friedhof der Kuscheltiere, das Remake. Okay. Und noch ein Operation Overlord. Ja. Großartig, also sie hat einige richtig, richtig tolle Filme schon gedreht. Ja, muss man mal hervorheben, eine Kamerafrau, ne? Ja, ist auch leider viel zu selten. Das letzte Mal, als ich eine Kamerafrau in einem großen Blockbuster-Ding gesehen habe, das war bei Black Panther. Jetzt nehmen uns die Weibe auch schon die Kameraposition. Mann, 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 Mann. Und ausgerechnet bei diesem Film, ja? Echt, ey. Schlimm. Über eine Männerfreundschaft, furchtbar. Furchtbar. Das ist wirklich... Jetzt bekommt der Titel Tele-Stammtisch eine ganz andere Bedeutung. Vielen Dank. Was mir noch auch... Lasse, du bist ja auch jemand, der auf den Score achtet. Ich fand den auch relativ unauffällig. Es war allerdings ganz nett. An manchen Stellen hat Rolf Kent, der die Musik gemacht hat. Den kennt man jetzt nicht so wirklich. Oh, doch. Ja? Du kennst den? Ja, definitiv. Okay. Er hat mehrere Filme gemacht, zum Beispiel mit Jason Reitman, zum Beispiel. Up in the Air. Ach, ich sehe jetzt hier auch Downsizing. Ja. Genau, Downsizing zuletzt. Also, der hat schon einige größere Filme gemacht. Okay. Und ich fand den Score in dem Sinne auch teilweise unauffällig, aber es war ein sehr, sehr schöner Score. Man könnte jetzt, wenn man jetzt mal ins Englische geht, pleasant. Ja, er hat an manchen Stellen, hat er dieses weltbekannte Stan-und-Oli-Thema eingebaut. Also, sogar auch in dramatischen Szenen hat er es in einer verlangsamten Version. Das hatte irgendwie was, fand ich. Ja, das war wirklich toll eingesetzt. Und als sie dann auch in Irland empfangen werden, schrillt ja sogar die Glocke da irgendwie. Also, relativ gegen Ende des Films. Also, da werden sie doch irgendwie am Hafen begrüßt und im Hintergrund hörst du eine Glocke, die dieses Stan-und-Oli-Thema spielt. War sehr cool. Diesen Kuckuckstanz oder wie er hieß, ne? Ja, ich keine Ahnung, wie das heißt. Aber jeder kennt das. Ja, ja. Ja, okay. Dankeschön. Wenn ich noch was zur Inszenierung sagen darf, ich finde sie sehr unaufgeregt und sehr sicher auf jeden Fall. Also, sie ist auf, ich würde nicht wirklich sagen zweckmäßig, sondern sie ist sehr selbstbewusst. Und ich finde John S. Baird tatsächlich lustigerweise inszeniert es in gewissem Sinne altmodisch. Mir ist aufgefallen, die Art und Weise, wie sie die Einstellung machen und wie sie halt auch die Nummern filmen. Das ist alles wundervoll übersichtlich und halt so ein bisschen klassisch gehalten. Und ich finde, das passt genau. Auch teilweise bei Außenaufnahmen dachte ich mir, das sieht teilweise so ein bisschen aus nach altmodischen Matte-Paintings hier und da im Hintergrund. In dem Fall waren es aber halt digitale Matte-Paintings. Aber ich dachte mir, das ist so ein schöner, netter Touch, der das so ein bisschen in diese Zeit transportiert. Es gab diese Szene, wenn sie in Großbritannien ankommen und vor diesem Motel stehen, wo ich dachte, dieses Motel sieht aus wie so eine Kulisse. Ja, als wäre das eine Wand mit Stelzen hinter. Genau, als wenn wir die Vorderseite vorhatten. Das hat mir wirklich gut gefallen. Hättest du so gegenkicken können wie im Schuh des Manitou. Ja, 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 genau. Man muss dazu auch sagen, weil ich meine, Stan und Oli, die waren wirklich echte, die waren wirklich brillant. Also einige ihrer Nummern, die sie gemacht haben, waren toll. Und das Geile ist, ich habe mich hier, während sie die Nummern nachgestellt haben, ich habe mich schlapp gelacht. Es war wirklich genauso, als wären es die echten Nummern. Und ich bin da total mitgegangen und das muss man erst mal schaffen, wie die sich da mit einem Valve reinschmeißen und mit einer Leidenschaft. Also ich war total begeistert davon, dass ich mich wirklich gekringelt habe bei diesen Nummern. Ich muss zugeben, ich habe den Film wirklich überwiegend als Drama wahrgenommen. Also es gab auch diesen recht deprimierenden Moment, wo sie da irgendwie an der Bar sitzen und dann auch jemand sagt, Da fiel mir auch so ein, also von wegen, die gehören nicht zu langsam oder sicher zum alten Eisen und sind nicht mehr zeitgemäß. Da fiel mir auch so ein, das ist ja heutzutage so, in der Musikindustrie zum Beispiel, dass du eine Tour machst, um dein Album zu bewerben. Also versteht ihr, was ich meine? Weil das war ja hier letzten Endes auch so, dass sie keine Filmverträge mehr eigentlich gekriegt haben. Das ist ja, da dreht sich ja auch eine der Hauptkonflikte drum, dass sie eigentlich die ganze Zeit diesen Robin Hood Film machen wollen und eigentlich überhaupt gar kein Geld dafür bekommen und Stan Olli das nicht wirklich sagen kann. Und also das hat mich da irgendwie daran erinnert, weil, also ist doch so ein Klischee mittlerweile in der Musikindustrie. Vorher war es, dass du irgendwie mit, oder nee, nee Quatsch, ich habe es falschrum gesagt. Du bewirbst heutzutage mit deinem Album deine Tour, so und nicht umgekehrt. Und das kam mir irgendwie so in den Sinn dabei. Ich mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, ja. Aber ich meine, die Botschaft des Films ist ja, sie schaffen es ja durch ihre Qualität, dass sie ja wieder die Leute anlocken. Ja, ich meine, die ersten Aufführungen sind ja noch spärlich besät bei den Sachen Zuschauern und das kommt ja dann. Das ist, also der Film ist schon veranlagt darauf, klar mitzuteilen, Qualität zahlt sich aus. Obwohl auch nie so wirklich hergeleitet wird, warum das da jetzt so eine Wende gibt plötzlich, ne? Naja, weil sie einfach gut sind. Also irgendwie haben sie dann, ja gut, aber das waren sie ja schon immer. Ja, aber manche Leute müssen halt daran erinnert werden. Ja genau, weil viele denken, die haben aufgehört und dann spricht sich das dann irgendwie rum oder so. Gut, gut. Ja, aber man hätte dann vielleicht, ich weiß nicht, man hat auch halt zum Beispiel keine Medienberichterstattung oder so gesehen, mal irgendwie kurz oder dass sie, ja gut, eben in meiner Zeitung oder was ganz kurz mal. Aber der Film hat mir zu wenig Fleisch an manchen Stellen. Also ich bin ja eigentlich ein Verächter von Überlänge im heutigen Kino. Hier hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht, weil der ist mir zu kurz, der Film. Zu kurz und zu oberflächlich an vielen Stellen. Mhm, also ich stimme nicht nicht zu. Ihr Lieben, wollen wir mal zum Fazit kommen? Ja, würde ich auch sagen. Gut, dann würde ich sagen, lasse, fang nur mal an. Also ich hatte einen großen Spaß mit dem Film. Ich hatte erwartet, dass ich ihn mag und von der Besetzung ausgehend dachte ich, die beiden haben auch unabhängig voneinander, die haben tolle Sachen gemacht auch schon. Halt, ich bewerte John C. Reilly eher an seinen Erfolgen und davon hatte er mehr als Misserfolge und Steve Coogan bin ich sowieso ein Fan. Ich fand, der Film hat die Beziehung der beiden sehr, sehr gut bebildert. Es war nur ein kleiner Teil aus ihrem Leben, aber man kriegt genug mit. Selbst Leute, die noch nie was von denen gehört haben, werden sicher den Appeal checken, sozusagen. Es ist auch kein totales Fluff-Piece. Ich finde, die gehen schon auf bestimmte Schwierigkeiten ein. Die Art und Weise, wie mit der Gesundheit von Hardy umgegangen wird und mit der Professionalität von Stan und wie das ab und zu eben mal ausarten kann. Aber auch, wie sie alles versuchen, eben humorvoll zu sehen und wie sie eben miteinander funktionieren und eben die nachgestellten Shows. Also ich habe wirklich gelacht. Ich dachte mir, Mensch, das ist heute noch lustig, selbst wenn es nachgestellt ist. Und das ist eben so diese Magie davon, wie man wirklich merkt, die Filmemacher sind große Fans von denen. Und das ist ein wirklich toller Tributfilm über sie. Und als eben genau das habe ich das gesehen. Und ich würde tatsächlich vier von fünf Punkten geben. Alles klar. Dominik, ich schiebe mich mal dazwischen. Jo. Insgesamt fand ich den Film ganz gut. Ich fand ihn zu schematisch erzählt und zu oberflächlich. Manchmal wäre es, oder anders ausdrückt, manchmal ist es ganz gut, wenn keine Fans Filme machen über ihre Idole. So ein bisschen, finde ich, passt das hier auch. Aber insgesamt fand ich den wieder ganz gut. 3,0 würde ich jetzt geben und überlasse den Rest jetzt Dominik. Da Dominik und ich nämlich, glaube ich, so ziemlich einer Meinung sind, dass du jetzt den ganzen Bärenanteil erledigen. Ihr habt euch gegen mich verschworen in der Vorbesprechung. Wo sieht es nämlich mal aus? Ja. Dick und doof hier. Oder Dick und doof, Herr. Ja, also um den Dings nochmal aufzugreifen vorhin von dir mit Hitchcock. Ich bin ein großer Verfechter davon und ich habe letztens erst das Gegenteil erlebt mit Brecht. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass man kein komplettes Biopic über jemanden macht oder jetzt halt über die beiden, sondern dass man sich eine Station aus deren Leben rausgreift und darüber ihre Geschichte erzählt. Das ist nicht das Problem dieses Films, sondern halt eher einfach das oberflächliche Skript, was an vielen Stellen zu viel anreißt, zu viel will und am Ende einfach zu wenig Substanz hat nach hinten raus. Ich kann dem Film jetzt nicht sonderlich böse sein. Er ist sehenswert. Schauspielerisch ist er vor allem wirklich sehenswert. Ich hatte ihn mir ehrlich gesagt leichtgewichtiger und fluffiger vorgestellt, weil ich muss zugeben, also ich habe zwar auch irgendwie gelacht, aber ich habe den wirklich eher als Drama wahrgenommen. Das ist jetzt nicht unbedingt was Negatives, aber es kann sein, dass man da irgendwie vielleicht mit einer falschen Erwartungshaltung rangeht. Meine Wertungen sind auch drei von fünf tatsächlich, weil er ist kompetent gemacht und durchaus auch unterhaltsam, aber es ist einfach zu wenig Substanz. Also mich hätte zum Beispiel jetzt in Nummer als Beispiel interessiert, dass sie vielleicht mal irgendwelche Schwangs erzählen, wie sie sich zum Beispiel kennengelernt haben. Oder aber diese Nummer, das ist ja auch bekannt, dass sie Filme auch auf Ausländisch gedreht haben, also dass sie phonetisch Sprachen gelernt haben und das dann eingesprochen haben. Also es gibt ja wirklich deutsche Filme mit dem, wo sie Deutsch sprechen. Ja, genau. Sowas hätte mich zum Beispiel mal interessiert. Das ist mir zu allgemein zu sehr Wikipedia-Wissen, was in diesem Film ist. Aber gut. Ja, dann ist es Zeit, uns zu verabschieden. Ich sage einfach schon mal Tschüss aus meiner Seite aus. Dann darf der Dominik und dann darf der Lasse Tschüss sagen. Soll ich die Titelmelodie ins Mikrofon pfeifen? Ich weiß nicht. Ich bitte darum. Bitte nicht. Oder Lasse, willst du das machen? Ich weiß nicht, wie das ist mit den GEMA-Rechten oder so. Lassen Sie sich mal. Ach Quatsch, komm. Ich meine, das Ding ist doch so alt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sind die Rechte schon längst abgelaufen. Oh, wer weiß, wer weiß. Ja gut. Mach's gut. Mich findet man online unter DomK-Nature hauptsächlich, ob auf Twitter oder auf Letterboxd. Und ich bin regelmäßiger, eigentlich bin ich elementares Mitglied vom Tele-Stammtisch. Elementar, mhm. Der Herr hat sich was Besonderes jetzt, was? Ja. Will der jetzt vielleicht irgendwann auch eine Solo-Tour starten? Will der jetzt irgendwann einen Podcast machen ohne Rund? Hab ich. Hab ich schon, hab ich schon. Oh, oh. Game of Thrones ist mein Baby. Na gut. Mich findet ihr auf Facebook und Twitter, at Lasse Vogt. Ich habe meinen eigenen Podcast, Fans about Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Ich betreibe den englischsprachigen Podcast, nationaliges Christmas-Podcast, gemeinsam mit Laia Press, auch auf iTunes. Und ich schreibe deutschsprachiges Soundtrack-Reviews auf scoregeek.wordpress.com und mein YouTube-Kanal heißt Wird Deppert. Und zum Abschied sage ich euch ein fröhliches Dudum, 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 Dudum. Eines Tages kenne ich deinen Abschlussmonum auswendig. Manchmal variiere ich die Reihenfolge. Okay. Und am Ende kommt die GEMA. Ciao. Ja, ciao. Tschüss, tschüss. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Anything. Und bevor wir den Film besprechen, begrüße ich die liebe Eva. Hallo Eva. Hallo. Eva, wir beide durften den Film sehen. Wir haben einen Stream vom Verleih bekommen. Herzlichen Dank dafür. Bevor wir jetzt aber den Film besprechen, erst mal die groben Fakten geklärt. Und die hast du für uns. Bitte, leg los. Genau, also Kino-Start in Deutschland ist der 9. Mai. Der Film dauert 94 Minuten und ist freigegeben ab 12. Regie und Buch war derselbe Typ. Das ist Timothy McNeil. Und Mitspielen tun John Carroll Lynch, Matt Bomer. Du kannst mich gerne berichtigen, wenn ich es falsch ausspreche. Matt Bomer sagt mir jetzt nicht so viel. Ähm, Maura Töni, Töni und Tana... Ach, Buchanan. Tana Buchanan. Aber jetzt merke ich mich wenigstens, glaube ich. Ja. Tana Buchanan, so würde ich das einfach mal aussprechen. Ich glaube, es wird Buchanan ausgesprochen, aber da will ich mich jetzt auch nicht festlegen. Viel besser, ja. Ja, klingt schön, ne Buchanan. Das hat einen Klang, ja. Gut. Ja, Anything handelt von einem Witwer, gespielt von John Carroll Lynch. Dieser Witwer heißt Early und hat nach, glaube ich, 26 Jahren seine Frau verloren. Die ist gestorben bei einem Verkehrsunfall. Und, ähm, ja, ein Verlust, den er nicht richtig verarbeiten kann. Und er versucht, sich zu suizidieren. Das geht schief. Und so kommt er erst mal bei seiner Schwester unter, die, glaube ich, Filmproduzentin ist. Ähm, von der ist er aber relativ angenervt. Und dann zieht er nach Hollywood in ein kleines Apartment und lernt dort die Transgenderfrau, äh, Freda kennen, gespielt von Matt Boomer. Und die beiden freunden sich an. Das ist, glaube ich, so ganz grob die Handlung. Oder hast du noch was dazu beizutragen? Ne, das könnte man so sagen, ja. Also, aus der Freundschaft wird mehr, aber genau. Ja. Ähm, ja, ähm, ich muss sagen, ich, äh, ich bin, was den Film angeht, so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand ihn zum einen sehr sympathisch und charmant und auch schön. Und vor allem fand ich die Hauptdarsteller großartig. Wie ging es dir? Ähm, ich war auch hin und her gerissen. Bei mir hat es sich dann aber eher so ins Negative gekippt. Also, ja, vielleicht noch später mehr dazu. Aber, ähm, ne, ich fand es schwierig und zum Teil auch etwas zu kitschig. Und das Thema auch auf eine, ja, ich habe zu den Charakteren auch nicht so einen Zugang gefunden. Also, es galt aber fast für alle. Ich fand, ja, es hatte verschiedene Gründe, warum ich jetzt da nicht so in das Thema reingefunden habe. was ich eigentlich schade finde, weil ich es an sich einen wichtigen Film finde. Und, ähm, ja. Also, das Thema eigentlich wichtig finde. Ja. Also, ich muss gestehen, dass die Hauptfigur, äh, dieser Early, ich fand die Figur jetzt nicht authentisch, aber ich fand sie unglaublich sympathisch. Also, die habe ich, die habe ich schon schnell in mein Herz geschlossen. Ähm, was ich aber ziemlich nervtötend fand im gesamten Film, der hatte, ich nenne es immer Befehls-Pop-Soundtrack. Also, diese, diese musikalische Untermalung, die dir immer vorschreibt, übrigens, das ist jetzt traurig, übrigens, das ist jetzt lustig, jetzt wein endlich, du Sau. Und die fand ich echt ziemlich penetrant. Und die hat mir ein paar Szenen teilweise echt ruiniert. Ging es dir da ähnlich, oder stehe ich hier auch allein auf den Posten? Also, ich lasse mich an sich immer sehr schnell in so, auch so Tränen-Trüsen-Stimmungen ein und bin da wirklich schnell dabei und flenschnell und so und finde es dann auch okay. Ähm, aber in dem Film war es mir zu oft zu, ja, kitschig, einfach zu, zu dramatisch und so dieses bisschen amerikanische Drüber-Feeling getuelt. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Also, mir haben so ein bisschen die Schattierungen der Emotionen gefehlt. Das war einfach immer so eine ähnliche Stimmung in dem Film. Also, es war alles eher traurig, es war wenig witzig. Ich habe nicht nachvollziehen können, warum die Menschen im Film sich gegenseitig sympathisch finden. Das fand ich nicht authentisch. Also, auch, ja, auch die Charaktere in ihrer Situation, wie sie reagieren oder so, fand ich nicht nachvollziehbar. Und das hat es mir ein bisschen, das hat mich gestört. Also, ich fand ihn bis zur Mitte wirklich gut. Und ich würde das auch nicht, habe mich auch nicht gelangweilt oder so. Aber zwischendurch war es mir doch ein bisschen zu viel und ich musste schon auch ein paar Mal die Augen verdrehen, weil ich mir irgendwie dachte, nee, das ist... Ja, ja, was ich so seltsam fand, er zieht halt an diese, ich sag mal, ja, gefährliche Gegend würde ich jetzt nicht sagen. Aber in eine... Für sich, ja. Ja, in eine Gegend, in der er eigentlich nicht hingehört, so, ja, weil er ja schon ein gemachter Mann ist, kommt ursprünglich aus so einem kleinen Kapp auch aus Mississippi. Und er lernt dann neben der Frieda auch noch andere Leute kennen. Und es ist, ich hatte das Gefühl, er trifft die Leute und sie mögen ihn sofort auf Anhieb. Ja. Und da ist keine Entwicklung drin. Das fand ich ein bisschen strange, muss ich auch gestehen. Ja, und auch eben nicht nachvollziehbar, warum. Also, genau, einfach ein bisschen zu schnell. Und ich fand es auch unrealistisch. Also, ich fand seinen Wunsch unrealistisch oder nicht unrealistisch, aber doch etwas abrupt dargestellt. Und es war sehr abrupt, dass er da plötzlich hinzieht und dann ein anderer Mensch werden will, aber dann irgendwie doch nicht. Und dann waren seine Denk- und Gefühlsprozesse immer hoppla hopp irgendwie da, ohne viel Austausch, ohne dass man seinen Gedanken oder Emotionen viel folgen konnte. Das war dann plötzlich so. Dann gab es ein, zwei Wendungen emotional und immer stand ich da und dachte, hä, was ist denn jetzt in ihm passiert? Also, wo kommt denn jetzt seine Entscheidung wieder her? Also, ja, ich fand auch das sehr klischeebehaftet. Und andererseits, ja, also die Junkies haben mir auch zu gesund ausgeschaut. Das stimmt, ja. Das war nicht auf den Punkt. Das waren so wohlgenährte Hipsterleute. Irgendwie sahen die aus so mit prallen Bäckchen und gesunden Gesichtszügen und die sich dann Heroin spritzen. Also, sehr seltsam. Ja, der Film hat schon irgendwie sich nicht getraut, sag ich mal, diesen Schmutz auch zu zeigen, den diese Junkie-Szene halt mit sich bringt. Das war schon alles sehr sauber und sehr seicht. Und ich hatte auch immer das Gefühl, er will sein Publikum so ein bisschen in diese Welt einführen, aber er traut sich halt nicht, Radikalität walten zu lassen. Ja, das trifft es sehr gut, finde ich auch. Also, es war so angedeutet und es waren sehr viele Themen. Ich fand auch eigentlich zu viele Themen drin, wo ich auch zum Teil dachte, jetzt entscheide ich doch mal, für was willst du denn jetzt? Welche Problematik des Zusammenseins willst du denn jetzt beleuchten? Also, geht es jetzt um Transmenschen oder geht es um die Drogenszene oder, weiß ich nicht, Einsamkeit oder Alkoholismus oder? Das fand ich schade. Ja. Ja, es war einfach ein bisschen zu viel und eben aber nicht konsequent durchgefühlt oder zu Ende gedacht, sondern so durcheinander gemischt und dann eben so ein bisschen weichgeschleudert. Genau. Der Film war sehr vereinfacht. Es gibt auch so eine Szene, wo versucht wird, halt für die Drogen loszukommen, was laut dieses Films relativ einfach ist. Einfach zehn Minuten rumheulen und dann geht's wieder. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Freund und wo auch davor für mich die emotionale Basis noch gar nicht hergestellt war. Also, die kannten sich kaum und dann bleibt er plötzlich dort und macht einen Drogenentzug. Also, es ist schön, wenn Leute so offen und liebevoll miteinander umgehen, aber ja, es war auch so, wo ich mir dachte, hä? So ist es leider nicht. Ich fand auch diese Frieda, gespielt von Matt Boomer, ich weiß nicht, das war auch so, also, wenn wir uns so ein Transgender vorstellen, ja, das ist so die Versammlung der ganzen Klischees steckt in dieser Figur. Das hat mich auch ein bisschen gestört. So als ob Transgender halt nur so rumlaufen, sag ich mal, wie Drag Queens und sich auch so verhalten. Ja, immer etwas überheblich, immer so eine Spur zu viel in allem, ja. Ich auch und typisch in dieses Milieu dann auch gleich mit, muss es jetzt auch nicht sein. Also, jetzt habe ich dich unterbrochen, ja. Nee, du hast aber im Prinzip nur das weitergeführt, was ich sagen wollte, von daher vielen Dank. Okay, also ich fand es halt schade, weil ich mir vorstelle, dass so ein Film eigentlich, oder dass der Regisseur eventuell schon vorhatte, da so ein bisschen Vorurteile abzubauen und eben einfach mal so eine Situation oder, ja, eine Entscheidung für ein Leben eben zu zeigen. Und da sind ja ganz andere Problematiken, auf die man eingehen könnte, als dass derjenige jetzt auch noch sonst, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das Leben, das dieser Transmensch eben führt, das ist ja nicht gleich so wahnsinnig extrem, wo man dann, also ich hatte das Gefühl, dass der Film Vorurteile eher bestärkt, als dass er sie auflöst. Also genau das Gegenteil bewirkt, als was er vielleicht, was vielleicht verabsichtigt war. Ja, ich hatte so das Gefühl, dass der Film einem so suggeriert, hey, diese Transgender, die sind genauso, wie ihr euch das vorstellt, aber hey, sie sind auch nett. Genau, also es geht total ab und eigentlich ist es eine Szene, die total kaputt ist, total kaputte Menschen. Es hat mich gestört, weil genauso ist es ja halt nicht. Und da, ja, wo dann auch eher so eine abwehrende Reaktion vom Umfeld eventuell nachvollziehbar ist oder man sich zumindest Sorgen machen kann um Angehörige, die halt in so einem, also es war ja so eng verknüpft, dieses Drogen, also alles, was kaputt macht, Genre und dieses Transleben, was jetzt ja erstmal nichts miteinander zu tun hat, was ich schwierig finde, das so in einen Topf zu schmeißen. Und ja, also ich fand auch die Person nicht sympathisch, aber nicht wegen dem Transsein, sondern einfach, ja. Sie wirkt nicht real irgendwie, also nicht authentisch. Das ist ein Klischee, so nicht das Gute. Ja. Und wir beide haben den ja jetzt nicht im Kino geguckt, sondern via Stream. Und ich muss auch gestehen, also es ist das Regie-Debüt von diesem Timothy McNeil, der eigentlich ein Theaterautor und Regisseur ist. Und Anything beruht auch auf einem Theaterstück, was er geschrieben hat. Und ich muss gestehen, also da gab es auch wenig Szenen, jetzt rein von der visuellen Kraft her, die mich berührt haben. Also das war jetzt kein, ich sag mal kein Kinofilm, das war kein Film für die große Leinwand. Ja, weiß ich nicht. Also was mir noch aufgefühlt ist, von wegen Szenen, die einen berühren oder nicht, oder große Szenen, die man ja durchaus auch sich gern anschauen kann, im Kino dann eben, wenn sie gut gemacht sind. Aber was mir als Stilmittel immer so ein bisschen unbehagt ist, wenn man einen Beziehungsaufbau zeigt, also zwei Menschen lernen sich kennen, und dann macht man das aber nicht durch reale Gespräche oder Kommunikation, die stattfindet, sondern man zeigt, man macht eine kitschige Musik drüber und zeigt dann die Menschen in Situationen. Und dann darf sich der Zuschauer die Gespräche dazu denken. Also weißt du, was ich meine? Also es gab immer, als sie sich kennenlernen, dann sind sie unterwegs und machen schöne Sachen. Lachen miteinander, sitzen zusammen und unterhalten sich, haben tiefgründige Gespräche wahrscheinlich. Man darf das aber alles nicht hören, sondern man muss sich das alles selber vorstellen, was ja als Stilmittel manchmal ganz okay ist, aber vielleicht nicht, wenn man gerade zeigen will, wow, da entsteht eine krass enge, tolle, tiefe, besondere Bindung. Und ich habe dann immer den Eindruck, der Regisseur ist einfach zu faul, sich da Szenen auszudenken oder Gespräche, die real rüberkommen und zeigt dann einfach, ja, die unterhalten sich, romantische Musik drüber und dann weiß man schon, was man jetzt fühlen soll, aber das bindet nicht so richtig, finde ich. Also kann man zusätzlich machen, wenn die Beziehung schon aufgebaut ist, aber nicht als alleiniges Merkmalchen. Also, ja. Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Hast du sonst noch irgendetwas anzubringen zum Film? Weil ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, zum Fazit kommen. Ach, sind wir schon soweit? Ja. Nee, ich glaube, wir haben alles schon, ja, nee, ich glaube, wir haben alle Kritikpunkte schon so weit die wichtigsten genannt, ja. Okay. Dann wird es jetzt Zeit für unser Fazit. Liebe Eva, bitte, wie lautet dein Fazit und wie viele Punkte gibst du dem Film von 0 bis 5? 2,5. Da war es eigentlich mal ganz strikt raus, ja. Okay. Ähm, ja, ich würde mich anschließen, auch 2,5 tatsächlich, die aber auch, glaube ich, nur daher kommen, weil ich halt den Hauptdarsteller unglaublich gut finde, diesen John Carroll Lynch. Ja, das war eine ganz gute Besetzung, ja. Ja. Ähm, und ich würde vielleicht noch anmerken, wenn euch so, ja, das, die, ich nenne es mal Subkultur, der Transgender-Szene in Hollywood interessiert, dann guckt euch lieber Tangerine L.A. an. Der ist, der ist wesentlich besser. Meine Empfehlung. Ja, also überhaupt so, ich weiß nicht, in welches Genre man das jetzt tun soll, also, ähm, was ich in der Hinsicht, also es ist natürlich wieder was anderes, aber so, oh, Menschen sind anders und haben vielleicht eine andere Sexualität, wenn man so dieses Thema sucht, fand ich zum Beispiel, Blau ist eine warme Farbe wahnsinnig gut, der eben da so ein extra gedümpelt drum macht und hu, die sind in einem Special-Sonstwas-Dunstkreis, sondern es sind, ähm, es wird einfach eine ganz normale Liebesgeschichte erzählt und die Hauptdarstellerinnen sind halt zufällig lesbisch und man fühlt total mit, also das ist zum Beispiel wahnsinnig gut gemacht, das, ähm, ja, würde ich dann eher empfehlen, aber. Ich glaube, den Film gibt es aktuell auch auf Netflix zu sehen, also, wenn ihr den dafür interessiert habt, Netflix, dann schaut unbedingt mal rein, ist empfehlenswert, definitiv. Wenn man viel Zeit hat gerade, ja, das stimmt. Ja. Okay. Ja, dann wären wir schon am Ende. Dann, äh, danke ich dir recht herzlich, äh, ich verabschiede mich und lasse die letzten Worte des Postkars dir. Viel Spaß. Ja, und dann, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Colette, einem Film, der bereits im letzten Jahr in die deutschen Kinos gekommen ist und nun langsam aber sicher auch auf dem Heimkinomarkt eintrudelt, nämlich am 10. Mai könnt ihr euch das Ganze dann eben auch zu Hause in den Player reinballern oder euch den Stream geben. Der Film hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 51 und ist freigegeben ab sechs Jahren. Ist laut Trailer scheinbar sowas wie ein Drama mit biografischen Einflüssen und ich habe absolut keine Ahnung, was mich erwartet, außer eine entzückende Keira Knightley. Den Film selbst habe ich nicht gesehen, aber ein neuer Kollege von uns hat sich dran gewagt und wird ihn zusammen mit uns heute ein bisschen auseinandernehmen. Hi, ich bin der Andi. Wer bist du? Servus, ich bin der Peter. Ich bin zum ersten Mal dabei und ich freue mich, dass ich mal mit dir diesen Film mal durchgehen kann und freue mich natürlich auf viele weitere Filme, die wir mal besprechen können und natürlich mal genau ins Detail bei diesen Filmen gehen können. Voll gut. Ja, also moin erstmal. Servus. Erste total unvorbereitete Fangfrage. Ja. Und zwar musst du mir jetzt sagen, welchen Film du in letzter Zeit gesehen hast, der dir besonders gut gefallen hat. Ich werde es nicht kommentieren, einfach nur zur Einordnung quasi für unsere Zuhörer. Also ich war zuletzt im Kino in Avengers Endgame. Welche Überraschung. Und wie gesagt, ich bin da mit sehr hohen Erwartungen rein und bin natürlich auch überwältigend rausgegangen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Okidoki, dann wollen wir uns jetzt mal um Colette kümmern. Ich habe eben was erzählt von irgendwie Biografie und irgendwie Drama. Ist das richtig? Genau. Also es ist ein Biopic über eine französische Literaturlegende, sage ich jetzt mal. Und dabei geht es um die Frau Sidonier Gabrielle Colette. Diesmal ja natürlich gespielt von Keira Knightley. und sie heiratet so kurz Ende des 19. Jahrhunderts einen Pariser Autoren. Der nennt sich Vélie und der wird gespielt von Dominic West. Und den hatte ich zuletzt zum Beispiel in Tom Brader gesehen, aber beinahe nicht erkannt wegen seinem Bart. Und auch bei Colette ging es mir da ein bisschen ähnlich, sage ich jetzt mal. Weil er war ja auch dafür ein bisschen stark verwachst, sage ich jetzt mal. im Gesicht. Was meinst du mit verwachst? Bartstechnisch. Ach so. Also ich hätte ihn rein vom Look her, hätte ich ihn jetzt nicht erkannt. Aber wie er den Vélie dargestellt ist, also man sieht ja auch am Ende dann, wie die Personen in Real Life ausgesehen haben, den hat er schon richtig gut getroffen, muss ich sagen. Und also man bekommt den Großteil des Films natürlich erstmal einen Eindruck davon, wie dieses Eheleben zwischen Colette und ihrem Mann aussieht. Und dabei geht es in erster Linie auch darum, dass sich die beiden in einer Form identifizieren, schriftstellerisch. Also das heißt, der Mann, der lässt andere Leute zum Beispiel für sich schreiben, also Ghostwriting. Und nach und nach entdeckt auch Colette diese Schreibform für sich und man merkt auch, dass sie ein gewisses Talent dafür hat. Und der Mann, also Willi, der probiert sich dann nach und nach dann auch so ein bisschen mit einzubeziehen. Aber es ist halt immer in diesem Aspekt so, dass die Frauen in dieser Gesellschaft halt auf jeden Fall nicht gleichgestellt sind. Und dass auch der Mann das im Nachgang der Geschichte auch so ein bisschen ausnutzt. Und das ist eigentlich so die Kernproblematik in diesem Film. Und er beschreibt auch die Geschichte letztendlich gut. Also es geht darum, dass Colette nach und nach zu so einer Ghostwriterin für ihren Mann wird. Und dann die Eheproblematik da immer weiter mit eingreift in diese Geschichte. Und dann geht es natürlich letztendlich darum, dass es um einen sehr schnellen Aufstieg dieser Bücher geht, wo sie dann für ihren Mann verfasst. Und sie wird dann immer wieder ausgenutzt. Und wie das im Einzelnen ist, das kann ich auch nachher im Nachhinein dann auch ein bisschen detaillierter sagen, wenn wir ein bisschen auf die Story eingehen. Aber es führt dann letztendlich auch dadurch, dass sie sich dann ein bisschen ausgenutzt fühlt, später zu Riesenproblematik, was dann auch die Urheberrechte und weiteres angeht. Und letztendlich beschreiben diese Romane, wo sie verfasst, ja auch Bedürfnisse von Frauen, wo es so in dieser Gesellschaft jetzt nicht den Anklang findet. Die werden ja in dieser eher bröden Gesellschaft unterdrückt, diese Gefühle, was sie haben. Könnte man also sagen, sie ist quasi sowas wie eine Feministin? Ja, das könnte man durch und durch sagen. Aber es ist am Anfang noch nicht so ersichtlich, weil zu Beginn ist es ja wirklich ein stinknormales Eheleben, sage ich jetzt mal. Der Mann, der erfüllt ihre Bedürfnisse, aber man erkennt halt schon, dass er das Sagen hat. Und dass die Frau etwas ein bisschen von ihm unterdrückt wird. Und das führt auch teilweise dazu, dass er dann sie in diese Etikette, wo ja Paris in dieser Zeit ist, und sie ist ja eigentlich mehr diese Frau, die auf dem Land aufgewachsen ist. Und sie kennt das ja nicht wirklich. Und für ihn ist es zum Beispiel normal, dass er Affären hat und sie sich dem natürlich fügen muss. Und also es ist ganz, ganz schwer für die Frau in dieser Gesellschaft dem Mann ein bisschen Gegenwehr entgegenzubringen. Und vor allem auch in diesem Frankreich des 19. und 20. Jahrhundert, da merkt man wirklich, wie sie als Frau vom Land, wo dann in die Stadt zieht, erst mal komplett nicht damit zurechtkommt, aber sich nach und nach auch durch diese ganzen Romane einfügt und auch, sage ich mal, Sponsoren sammelt. Und es wird dann halt im Laufe der Geschichte klar, dass eigentlich sie die wahre Autorin hinter diesen Werken ist. Und das kommt dann gegen Ende soweit, dass es, wie gesagt, zu diesen Urheberrechtsstreifen kommt. Aber da können wir später nochmal drauf eingehen. Ich würde das jetzt Punkt für Punkt mal ein bisschen durchgehen. Klar, ich merke schon, du hast ja auf jeden Fall einen Stichpunktzettel gemacht, den du hier abarbeitest. Ja, genau. Ich musste ja also gar keine Fragen stellen. Ja, super, Feuer frei. Also, und zwar, also wie ich schon gesagt habe, die Rolle der Frau ist natürlich in dem 19., 20. Jahrhundert, also da in diesem Zeitpunkt Spielsatz, zur Jahrhundertwende, leicht, oder was heißt leicht, stark untergeordnet. Und sie, also Colette ist eigentlich eine Person, wo sich das nicht gerne vorschreiben lässt. Also sie ist eigenständig, sie ist auch in ihrer Mentalität eine sehr starke Persönlichkeit. Und durch diese Werke, die sie erschafft, also diese, also heimlich, also niemand weiß ja, dass sie das zu Beginn für ihren Mann macht. Der Mann, der profitiert ja von ihren Werken. Und das kommt auch allererst da zustande, als wirklich seine Marke so ein bisschen abdriftet. Und zwar in die dritten, vierte Ränge der Regale, also sprich eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Da kommt erst die Idee, dass er vielleicht mal seine Frau für ihn schreiben lässt. Weil die ersten Ideen, die sahen sehr vielversprechend aus und irgendwann bringt er das dann auf den Markt. Und es ist dann tatsächlich so, dass die ersten Bände für die beiden sie vom finanziellen Ruin bewahren. Und wie Lieder nutzt das dann nach und nach aus. Und als dann irgendwann mal vielleicht so einen Schritt weiter geht, also seiner Frau ein bisschen mehr Inspiration geben will, da beginnt dann dieses Eheleben so ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Aber jetzt nicht im positiven Sinne, sondern dass er wirklich sie dazu einmal antreibt. Und das hat mich auch für heutige Verhältnisse, das kennt man ja gar nicht, dass er seine Frau in die Richtung einer Affäre drängt, nur für die Inspiration. Also eigentlich ganz krass. Und die nehmen das zu Anfang noch mit sehr viel Wohlwollen auf. Also sprich, dem Mann möchte das nichts aus, weil er ist ja früher schon ein bisschen fremdgegangen und sagt, ja, das kannst du jetzt auch gerne machen. Und vielleicht bringt das ja auch was für den nächsten Roman. Also ganz kurios. Und das ist anscheinend auch tatsächlich, viele Male in dieser Geschichte von Colette auch vorgekommen. Also in der Realität. Also es ist jetzt nicht nur im Film so. Und diese Inspiration, die sie dadurch greift, die lässt Geschichten entstehen, die, sag ich jetzt mal, für das Frankreich im 20. Jahrhundert sehr, sehr anstößig sind. Aber das Publikum, das springt komplett drauf an. Und dadurch gehen auch ihre Verkaufszahlen letztendlich in die Höhe. Also die werden in Frankreich wahnsinnig bekannt unter dem Namen Claudine. Also das ist diese Figur, die sie quasi beschreibt, die aber sehr viele Geschichten aus ihrem eigenen Leben erzählt. Ja cool, das klingt sehr interessant. Ich frage mich bei solchen Sachen immer, gerade wo die Beziehung selbst ja auch ein bisschen im Mittelpunkt steht, wie glaubhaft diese Beziehungen ausgefallen sind. Wir haben zuletzt relativ viele moderne Filme hier beim Tele-Stammtisch besprochen, wo eben Pärchen im Mittelgrund, Mittelgrund sag ich schon, im Mittelpunkt stehen. Keine Ahnung, junge Familien, Eltern, generell junge Familien, eben junge Pärchen. Und ich fand es immer besonders toll, wenn die glaubhaft sind, wenn die realistisch sind, wenn die miteinander reden, wie Männer und Frauen in Beziehung halt miteinander reden. Und das nicht so distanziert, gekünstelt und sagen wir mal besonders überformuliert ist. Wie sieht das hier bei Colette aus? Wie glaubhaft, wie echt ist das alles? Oder wirkt das so ein bisschen wie, naja eben einfach vorgelesen? Naja, also Carol Knightley, also ich mag sie auch als Schauspielerin und hier muss ich sagen, das ist wirklich eine Top-Leistung, was sie abliefert. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn sie das, wenn sie irgendeine Rolle spielt, sei es jetzt einen kleinen Film oder halt einen größeren, dann wirkt das wahnsinnig authentisch und das ist auch hier der Fall. Und das Gleiche muss ich auch für Dominic West, also ihren Mann, den er da verkörbt, also diesen Vili, sagen, also die spielen das tatsächlich wahnsinnig gut. Also es kommt wirklich so rüber und das ist auch durch, sag ich mal, die Redeart, sag ich jetzt mal, im frühen 20. Jahrhundert, das ist, ja, es wirkt leicht aufgesetzt, aber es wirkt jetzt nicht so aufdringlich aufgesetzt, was sie da spielen. und man muss natürlich auch sagen, wenn das in Richtung dieser pariserischen Etikette geht, dann sieht das wahnsinnig, oder dann hört sich das auch sehr charmant an, wie die klingen. Und ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das so richtig vom Non abgelesen ist. Also es wirkt tatsächlich sehr authentisch und also so könnte ich mir das Paris im frühen 20. Jahrhundert wirklich gut vorstellen und auch so vom ganzen Setting her, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, das passt wirklich alles. Okay, cool. Ist ja natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen Kostümdrama, also gerade so das Setting, dieses ganze, ja, einfach die ganze Location, in der alles spielt, was die Leute eben für Klamotten tragen und so, davon lebt das Ganze ja so ein bisschen und es ist schön zu hören, dass du sagst, dass es ganz gut gelungen ist. Ja, das ist auf jeden Fall gut gelungen. Was mich dann so ein bisschen im Nachgang so ein bisschen gestört hat, weil man kriegt ja ganz offensichtlich auch das Sexleben von Colette und auch von ihrem Mann zu Gesicht. Da habe ich mich wirklich gewundert, wie da ein FSK 6 zustande kommt. Also man sieht eigentlich einiges an nackter Haut und auch einiges an Sexsehen, habe ich mich gefragt, ist das überhaupt kindertauglich? Also ist es sehr explizit? Ja, auf jeden Fall. Also diese Affären, die finden jetzt nicht nur in Gesprächen statt, die werden auch offen ausgelebt in dem Film, was ich ja in erster Linie nicht schlecht finde, aber es ist halt für Minderjährige auf jeden Fall nicht geeignet. Auch wenn es ein bisschen soft ist, sondern man kann es natürlich nicht mit Fifty Shades of Grey vergleichen oder sowas. Aber ich sage jetzt mal, FSK 6, das war ja schon grenzwertig, diese Altersbeschränkung. Vielleicht kurz noch mal zur Disc selbst. Hattest du jetzt DVD oder Blu-ray vorliegen? Ich hatte eine DVD. Wie sieht es aus mit den Zusatzmaterialien? Hast du dir die angeschaut? Ich hatte mal kurz reingeschaut, aber es waren eigentlich nur drei Interviews mit Keira Knightley, Dominic West und die haben jetzt auch nicht mehr viel ausgesagt zur Person an sich, nur dass sie halt so finden, dass sie für den Film die Rolle übernehmen. Aber ansonsten war das jetzt nicht wirklich mehr Inhalt. Also ich habe da nur kurz reingeschaut. Okay, alles klar. Wollen wir dazu jetzt vielleicht gar nicht großartig was sagen. Zur technischen Seite kann ich persönlich selbst immer recht wenig beitragen. Also gerade, weil ja viele, wir haben ja auch Kollegen gehabt, die einfach dann genau wissen, okay, das Bild krisselt hier, das Bild krisselt da. Sowas wäre dir nicht aufgefallen? Nein, also es ist jetzt auch nicht gerade der Film, wo es enorm von der Visualität lebt. Also es sind stinknormale Schnitte, was hier präsentiert werden. Also da kann ich eigentlich jetzt nicht meckern. Der Fokus liegt immer klar, wenn man Dialoge sieht, dass man beide Personen relativ nah fokussiert hat. Aber ansonsten ist das technisch, sage ich mal, alles okay. Und es war ja auch hier nicht, sage ich mal, der Kernpunkt von dem Film. Also es ist eigentlich das Normalste für dieses Biopic, dass die Kamera halt, wie gesagt, den Fokus auf die Dialoge legt. Also es ist nichts Außergewöhnliches, sagen wir es mal so. Alles klar, prima. Dann wäre eigentlich jetzt der Zeitpunkt, wo wir langsam, aber sicher uns auch über ein Fazit unterhalten können. Oder gibt es vorher noch Punkte, die du unbedingt von deiner Liste abarbeiten möchtest? Ja, also ich hätte da noch ein paar kleine negative Aspekte. Also jetzt nicht denken, dass ich durch die ganzen, also es war jetzt bisher eigentlich relativ positiv von mir. Es gibt natürlich auch ein paar Negativpunkte. Und das war zum einen, dass so das erste Kapitel im Film über das Eheleben von den beiden, dass das relativ schnell abgefrühstückt ist. Also man weiß dann, so nach 20 Minuten, aha, das führt in die und die Richtung. Also in die Richtung, dass die beiden sich dann am Ende wirklich nur durch die, durch die ganzen Affären definieren. Und das ist für mich so ein bisschen zu fix erzählt. Also dieses Eheleben in den ersten Jahren, es wirkt auch für mich nicht dramaturgisch richtig. Also es ist ein bisschen leicht abgefrühstückt, sagen wir es mal, dieses erste Kapitel. Also es ist mit zu wenig Detail drin. Also man startet ja mehr oder weniger da, dass sich der Mann so ein bisschen bei den Eltern vorstellt. und dann sieht man halt schon, dass die schon monatelang so ein bisschen nebenher, also neben den Eltern so ein bisschen rumgeschmusst haben, abseits vom Grundstück. Und dann halt, wie gesagt, dass er dann in Paris, also wo er sie dann schon geheiratet hat, hintergeht. Also das ist wirklich der Inhalt von den ersten 15 Minuten. Und das fand ich jetzt auch nicht so spannend und auch nicht so für die Geschichte passend. Also weil eigentlich, so dass der zweite und dritte Abschnitt mit äußerst viel Liebe zum Detail erklärt worden sind. Aber dieser erste Part von diesem Film, also wirklich etwas zu schnell erzählt worden ist. Ah, okay. Alles klar. Also das Pacing generell klingt ein bisschen schwierig. Ja, das war jetzt am Anfang zumindest schwierig, aber damit habe ich mich dann, sag ich mal, im zweiten Drittel ein bisschen wohler gefühlt. Und auch im letzten Abschnitt, da war das dann sehr gut erzählt eigentlich. Nur das erste Drittel war jetzt halt dieses Negative. Was ich dann als nächstes, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war halt dann diese Geschichte mit dem Urheberrechtsstreit. Also wo es dann wirklich darum geht, dass die beiden sich trennen, also dass die auseinander gehen und dass halt wirklich Colette für ihre Werke kämpft. Das wird dann nur im Abspann kurz geschildert, dass sie durch Manuskripte, die noch nicht veröffentlicht worden sind, dann diesen rechten Streit letztendlich gewinnt. Und das fand ich sehr schade, dass die das nicht wirklich im Film gebracht haben, sondern dann halt wirklich nur im Abspann. Und letzteres war dann auch dafür ausschlaggebend, dass man wirklich nicht ins Detail gegangen ist in den Werken. Also es wird nur kurz beschrieben, dass das wirklich was ganz Neuartiges ist, wie ich schon vorher gesagt habe, für die Zeit im 20. Jahrhundert, in diesen Bröden Frankreich, dass es was ganz Neues ist. Aber der Inhalt hat mir da so ein bisschen gefehlt. Der Inhalt von den einzelnen Romanen. Also klar, es werden ein paar Zeilen vorgelesen, aber sonst passiert da nichts. Und mir hat auch so die Wirkung auf die Frauen in diesem Zeitalter hat mir so ein bisschen gefehlt. Also man sieht es nur bei einer einzigen Person, mit der Colette dann letztendlich auch eine Affäre hat, wie die Romanen sich auf sie auswirken. Aber so auf die breite Masse, was ja eigentlich viel wichtiger gewesen wäre, was das für Wirkung auf die Gesellschaft von den Frauen hat und wie das dann auch mehr oder weniger auch die Frauenbewegung so ein bisschen in Gang gebracht hat, das hat komplett gefehlt, fand ich. Ist vielleicht dann was für eine, sag ich mal, Fortsetzung oder so. Weil man muss halt einfach mal ein ganzes Leben in der, so keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden zu pressen, ist halt schon eine Herausforderung, ne? Es ist eine Herausforderung, klar. Aber so ein bisschen Detail da in die einzelnen Bücher, das fand ich halt schon wichtig. Also das hat ein bisschen gefehlt, fand ich. Okay, alles klar. Noch weitere Punkte? Ja, also man kann jetzt sagen, der Film, der lebt von richtig amüsierenden Zitaten. Also ich habe mir da mal ein paar rausgeschrieben. Und da könnte ich dann mal so eine kleine Gegenfrage stellen, weil es gibt, sag ich mal, ein richtig gutes Zitat und ein Zitat, das ein übelst ein Cringe bei mir ausgelöst hat. Okay. Und ich würde jetzt die Zitate mal dir kurz vorlesen und dazu entscheiden, was war jetzt das Positive, was war das Negative für mich. Wenn du damit einverstanden wärst. Klar. Okay, also erstes Zitat war dann, es ist die Hand, die die Feder hält, die die Geschichte schreibt. Und das Zweite war dann, einen Moment, deine Zähne sind unglaublich schön, wie ein Alligator. Also Zweiteres klingt auf jeden Fall jetzt nicht so wie das Kompliment, als das, wie es vielleicht gedacht war. Ja, natürlich nicht. Also das war dann übelst ein bisschen cringe, vor allem, weil es dann, der Satz war von Colette zu einer Affäre und ich fand das sowas von unpassend. Also ich weiß nicht, ob das in der Synchro wirklich so gedacht war oder ob das vielleicht jetzt im Original ein bisschen anders klingt, aber es war schon ein bisschen, naja, sag ich jetzt mal, unpassend. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen können. Okay, alles klar. Ja, es gibt Sachen, die bleiben manchmal hängen. Okay, super. Dann wird es jetzt aber langsam aber sicher Zeit für unser Fazit. Und bei unserem Fazit ist es so, dass wir zum einen eine Punktevergabe haben. Das heißt also, ich würde dich bitten, den Film irgendwo einzuordnen, auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten. Du kannst gerne noch halbe Punkte geben, das ist mir relativ egal. Das gilt einfach vor allem deshalb, weil wir so ein bisschen eine Einordnung machen wollen. Eine ganz subjektive von deiner Seite aus, wie gesagt auch mit einem Kurzfazit dazu und du kannst auch gerne versuchen, eine Zielgruppe zu definieren. Also für wen könnte der Film was sein? Ja, also das halte ich, glaube ich, bei dem Film ohnehin vor, weil das ein Film ist, der jetzt nicht für die breite Masse geeignet ist. So als Kurzfazit würde ich sagen, also Colette ist streckenweise sehr unterhaltsam, hat viel Liebe zu dem Detail. Es fehlen so die Kleinigkeiten, wo ich jetzt sage, dass die Frauenbewegung dadurch ein bisschen in Gang gekommen ist. Also mir fehlt das so ein bisschen in die Faszination von den Frauen. Also klar, es ist eine Biografie, wo die Colette beschreibt, aber ich hätte mir da so ein bisschen was gewünscht, was das für Auswirkungen auf junge Frauen vielleicht hat. Und dass man vielleicht auch das Gefühl bekommt, dass Frauen dadurch so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen weiter in den Vordergrund kommen, als sie in der aktuellen Situation stehen. Und punktetechnisch würde ich dem Ganzen, also ich würde, also bei meiner Punktzahl, weil ich würde bei meinem Blog jetzt zum Beispiel sieben von zehn Punkten geben, dann würde ich hier sagen, dann sind das hier dreieinhalb von fünf Punkten bei euch. Also ich kann den Film, denjenigen filmen vor allem, die jetzt sich nicht nur, sage ich jetzt mal, Actionfilme, sondern auch ein bisschen darüber hinaus mal was gönnen wollen, also ein bisschen Abwechslung. Und ganz zitailliert würde ich sagen, dass dieser Film speziell für junge Frauen, speziell an junge Frauen gerichtet ist, die jetzt vielleicht das Gefühl haben, dass sie jetzt ein bisschen unterdrückt sind von ihren Männern. Okay. Kann man so sagen. Also Zielgruppe ist definitiv junge Frauen, die jetzt vielleicht größere Ziele verfolgen und die vielleicht dann dadurch so ein bisschen mehr Inspiration bekommen. Und vielleicht vielleicht auch Motivation. Genau, Motivation, genau. Peter, prima. Kurz noch zu dir. Du hattest nämlich gerade auch deinen Blog angesprochen und normalerweise machen wir das immer zu Beginn, aber weil ich ein total schlechter Moderator bin, habe ich das total vergessen. Vielleicht kannst du noch kurz vorstellen, was du eigentlich sonst noch so machst, wenn du nicht gerade beim Tele-Stammtisch zu Gast bist. Genau. Also ich schreibe auf meiner eigenen Website die sich Movie Club Germany schimpft. und ich schreibe, also wie gesagt, Reviews zum einen, also Filmkritiken, dann wie gesagt die aktuellen News zu Filmen und Serien. Was bei mir jetzt jede Woche neu ist, sind die Box-Office-News, also sprich, was an den Kinokassen so los ist. Ganz speziell dann die Kino-Charts Deutschland und ansonsten, wie gesagt, tägliche Updates auf Facebook, Twitter, was jetzt Trailer und so weiter angeht. Das ist so das, was das Format am besten beschreibt, also relativ breit in den sozialen Netzwerken und wie gesagt auf dem Blog dann hauptsächlich die Filmkritiken. Ja, mega. Also ich habe das vor einiger Zeit schon mal angesteuert und auch quasi überflogen. Das schien zumindest einen sehr optischen und sehr professionellen Eindruck zu machen. Und die Texte, die ich gefunden hatte, haben mir auch gefallen. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wie immer packe ich alle relevanten Links zu den entsprechenden Auftritten in Social Media als auch eben zum eigentlichen Blog in die Shownotes, sodass ihr das auf jeden Fall finden könnt. Ja, sehr gut. Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, und bis bald. Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Also auf bald. Also ich hoffe, dass wir noch ein paar Filme miteinander besprechen können. Hat wirklich Spaß gemacht. Und dann sage ich jetzt mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Dankeschön. Ciao.